Es ist immer was drin mit Bayern, das ist auch der Anspruch, denke ich, und wir haben auch ganz klar den Kader, um unsere Ziele zu erreichen. Wie gesagt, wir müssen alle fit werden, gesund bleiben und ich glaube, dann kann man auch im Laufe der Rückrunde sich so zusammenfinden, dass man ganz große Ziele erreichen kann. Aktuell sieht es schon sehr dünn aus, wenn man sich mal auf den Platz umguckt. Ja, haben wir halt schon ein kleines Problem, aber ich glaube, dass da ja auch viele Spieler dabei sind. Ich glaube, Lewy gibt in Bayern schon Vollgas und ja, wenn die Jungs zurückkommen, dann sieht das auch schon wieder anders aus. Ja, wir haben viele Bläser, es gibt ein paar Spieler, die morgen wieder zurückkommen, ich denke. Es gibt auch noch gute Jungs, die sind da, wir haben auch in der Entrainung gesehen, also wir haben ein homogenes Gruppe. Wir versuchen jetzt die Bläser, die schneller zurückkommen, weil wir noch schnell wieder zurückkommen wollen.